So, hallo Interwebs, hallo, äh, guten Tag YouTube, wie gesehen, werden wir heute mit Zuschauern beherrn, die aus einem Stream kommen, äh, ich twitch streamer live, hallo, gut, ja, hi, so, wohin wollte ich gehen, ich möchte noch, hallo, ich hab, hallo, ich hab noch was vergessen, ich glaub, jetzt hab ich vergessen, ein Stream, ein bisschen, äh, ein Stream, ein bisschen, ein Moment, hallo, 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 ha Ehhhhhhhhh Yes Yes Und nicht mehr just chatt-ähää-chattig, sondern Fälteprodukte Gut Yes ja jetzt willkommen zu einer weiteren folge nach knappen monat ich hatte vor wo ich die karte ich hab das vor ich hab das krebs wo ist die mäd ach, ich habe vergessen immer die mäd, das ist nett wo war die mäd noch mal ein bisschen in der sache äh lieber chat wieder ist die mäd noch weiter vergessen eieiei äh, da ist es wieder gelungen äh das ist noch nicht ich hab bisher nicht vergessen die mäd, das war das noch mal nein 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 ha das ist ja mein toller Anfang nein ach so, Moment, ich hab doch Ich habe doch im Inventar Bilder bestellt. Ob ich... Nein. Wo sind die Bilder? Da! Äh... Über die Karte. Hey! Natürlich! Geh wie die Karte! Yes! So folgendes. Äh... Im Nextplay haben wir diese gesamte Inseltunnel hier gehalten. Du bist im Pflicht. Du sagst es. Äh, wir haben angefangen das hier alles gemacht. Ähm... Hier hin... Muss ich noch hin. Da ist was, was ich noch nicht wünschte. Äh, wir haben ja alles gebootet. Also ich... Jetzt wollte ich über die Karte gehen. Und gucken, was es da so wird. War schon wirklich super. Weiß man hier, ich weiß nicht. Ja. Hm. So. Äh... Das war das. Das war das. Das war das. Wie konnte ich... Ihre Angriff... Äh... Wie konnte ich raus? Nein. War das B? Ah, genau. D gedrückt halt. Das war das B. Genau. Hm. Äh... Jawohl. 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 So. Das hat wohl ein bisschen angepasster als Kino. So. So. Wie kam ich noch weiter hoch? Äh... Wie kam ich noch weiter hoch? Das ähm... Mus die... Ach, er ist gut. Wow, wow, wow. Wo ist da? Wow, wow. Wow, wow. Ah, hier geht's hoch. Jetzt. Jetzt. Jetzt war das. Also hier kann ich das Muscheldieb Ääähm Hauptzeichen War das Riesel? Ok, ich verfolge mich nur in der Bälle So, wohin wollte Kindsbälle? Gibt's da oben? Nein! Okay Warte, 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 warte So Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ich krieg dir mal Nachschwung Ich nehme mich nach Umflussung... Nein! Nein! Kuh! Den ich mir mal in den Tag scroll Ah ok, ich warte mal Da... Ach hier hab ich noch Items Äh... Nein! 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 Ah... Ist klar Dann hab ich das noch nicht gesehen Äh... Kuh... Kuh genau So... Äh... Geh... Dann reisen wir mal... Dahin... Hm... Jawoll... Es gibt, glaub ich, ne Ecke auf der Map, die ich noch nicht gesehen habe Aber... Was... Was... Mitbeguckt habe Das wird aber gut So... Ja... Jawoll! Oh... Oh... Oh mein... Was ist denn... Was geht denn da ab? Faver... Mitbeguckt... Duodang kreistisch!! Vor tocken! Dann hab ich gekselfvertretter Also, geht's nicht mehr mit. So, was ist denn hier? Ah, jawoll! Ich bin hier eigentlich noch nicht gesammelt. Was ist das? Eine Fulgo-Klüge! Interessant! Aber warum doch das? Oh, gut! Ein Fulgo-Klüge, leider reden wir uns. Doch mal, das geht. Ohne Wissen. Ähm... Er blüht auf einem riesgetroffenen Boden! Aha! Ich werde Blume dienen. Vom riesgetroffenen Gebieten wechseln Materialfreistand ausdecken. Ich bin froh, dass ein Blinz gesenzt hat. Oh, was sieht so nach Kraut oder nicht? Oh, hier ist ein Enger. Oh, da wurde ein... ...ein Sieg oder so. Ob es dann war. So. swap! Küschen! 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 Ich habe nichts auf haben! Ich habe nichts gew Küschen! Du glaubst! Wir haben alles! Wir haben alles! Jawohl! Oh! Das ist nicht anerlesig! So war ich den gefahren! Hab ich Hölfe gehört? Nein! Das Schiff ist... Ich bin auch ein Kräft, okay? Wo du? So! Karriere, ich vom Ferder so... Entschuldigung, hab ich zu spät gewesen. Was ist das? Ah! Jetzt bin ich tot, oder was? Oh! Da kommt runter! Das gefühlt mich wieder schreckt andersrum! Da kommt doch runter! Wo sei es! Oh Gott! Hey! Jetzt geliebe! Oh! Ich hatte wunderbare Idee! Komm her, folgen wir! Jetzt... Eine wunderbare Idee! Oder in der Tumbe! Und dann... Oh! Ah, das ist auch knapp! Kommt doch wieder an! Ich weiß, du wirst es doch auch! Ah! Wie geht's? Ah! Oh Gott! Mechlich! Ich muss natürlich schnell geraten! Komm her! Komm her! Komm her! Für die Zuschauer! Das ist doch genau aufgeregt, Mann! Komm her! Für die Zuschauer! Jawoll! Fakt! Ja! Wie geht's? Oh ja! Oh ja! Ich kann nicht... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dass der Rente dann zu haben. Zahm! Vergehen! Keh! Au! Ich wollte das gleiche Dörre einfach mal zuvor, ich über alles... ...wir sind die Jäger, sie sind so seltsam in der Hau! Da los, Pinzabeckel! Die Kalkschule, Donnerpitz! Komm schon! Ja, 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 ja! Das macht ja gar nichts! Das macht überhaupt nichts! Das macht ja gar nichts! Oh, wow! Heeeey! Man, ich denke ich werde mit dem Kopfschmerzen. Man, ich denke,vyff, ich stehe! Ich bin, wenn ich den Vater wollen! Ja, nein! Ahhhhhhhhhh Ahhhh, das ist fast fällig. Nach unten wird. Komm, komm. Puh. Vollends mit dem Fußgelang. Ah, hol mich ein. Ehrenjäger. Das hab ich nicht gedacht. Oh, ja. Oh, ja. Noch ein bisschen. Komm. Pizze weg. Ah, komm schon. Donnerpiz. Ah, ah. Ich glaub das. Na gut. Ja, aber komm. Vielleicht war ich das gemacht. Auch noch. Wer hat das? Au. Aber nicht jetzt hier. Ich meine, du wirst doch das scheinbar in Faraday. Ich werde mich nicht wieder versorgen. Ah, das ist der für mich. Au. Das macht ja voll wenig Schaden. Na gut, okay. So viel Bummen. Ja. Ja. Da geht's nicht weiter. Okay. Dann hab ich jetzt wirklich alles abgeschossen, was wenigstens geht. Und es geht nicht. Natürlich, wenigstens geht's. Weiter hoch. Dankeschön. Ah. Na gut. Nehm ich halt den. Huchts. Windhuchts. Hallo. Ui. Oh. Oh. Hallo. So sehr. Da hängt die Blut. Da, Tore? Au. Das ist eine Luftpasse. In der wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Ich bin jetzt interessant. Oh, Lut. Jetzt hingehen wir weiter, Hopper. Ja, das ist jetzt doch nicht die Wildigkeit. Wie komischer ist das nicht daran? Ach so. Ja, nice. Na gut. Na gut. Nein. Oh. Oh. Dankeschön. Sein Kopf wird er gemacht. Bitte sehr. Zerstört die Statue mit den Riesen. Ach so, habe ich nicht gelesen, Entschuldigung. Nein. Ja, aber wirklich. Spice bei. Nein, walk by oder so. Keine Ahnung. Das kriegst du doch nicht. Eigentlich. Normalerweise bin ich nicht so sterblich. Normalerweise sterb ich überhaupt nicht. Nein. Nein. Ja, ja. Alles. Wir waren das jetzt. Alle? Yes. Obst jeder kommt da? Kommt los rein, dann wieder. Na, das ist doch einer. Ne? Nein. Wo ist da? Ich denke, es bleibt nicht. Ich bin gut. Was ist da? Das ist der Tor. Nein, das ist nicht, dass ich denke, es ist okay. Nichts. Nur denn, wo waren wir doch nicht. Ich glaube, der Puckel genauer auch genauer. Oh, nicht die Möglichkeit. Mann. Er hat ja voll die Scharfschützen. Wah. Beeindruckt. Und nervt. Komme ich nicht rum. Hm. Äh. Äh. Wie kann ich meine Wolfskaul gerade holen? Ja. Eis. So. So, ab über die Puckel. War das hier? Ja. Das da haben wir schon gemacht, glaube ich. Okay, folgendes. Jawohl. Kommt nachts wieder. Wo genau nachts? Bei einem Vier-Eck. Bei einem Vier-Eck. Dem hier? Dieser Ruine? Vier-Eck? Das Vier-Eck? Ja. Achso. Aber nur das hier Eck? Nein, aber nur das hier Eck. Ist ne Menge, wo die ganzen Fledermäuse sind. Ist das hier in dem Gebiet, wo ich gerade bin? Oder ist das weiter... ... unten? Oh, die ganze... Da meinst du... Meinst du hier irgendwo? Ja, hier? Äh. Moin. Guck. Na. Da war hier hin, wo die ganze Fledermäuse sind. Wenn du möchtest, hier Eckloch. Hm. Wozu? Meinst du da auf der Karte? Oder... Hier bei der Brücke? Also... Oder hier? Okay. Äh. Da, wo mein Charakter geratet ist. Und die Frage. Da, wo mein Charakter geratet ist. Ja. Ah. Bei dem Vier-Eck. Hier, wo ich mir da auszeige. Nein. Hier? Genau hier? Okay. 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 Das ist... Wache mich. Äh. Dann müsste ich... Okay. Boah. Ja, okay, okay. Dann warte ich. Ha. Dann warten wir mal. ... Zeit vertreibt. Bist du nachdenkst? Hm... Hör das mal zu schnell? Hm. Jetzt bin ich gespannt. Ah, wenn ich schon mal hier bin. Oh, also passt es. Und ich drücke zu lange die Fable. Das Geräusch. So. Hopp, ein Hopp. Hm. Jetzt bin ich noch gespannt. Wird gespeisert? Warum wird gespeisert? Wird sie nicht ist? Nein, doch. Warum wurde gespeisert? Wohin führst du mich, Clemopass? Und hier bin ich, da? Warum, das wird nicht gespeisert. Geist. vier, zwei, drei, drei, vier. Einmal ein... Das hier ist ein Fierig. Da sehe ich gewasst, wie wird das gewasst sein? Hm, jetzt muss ich auf dem auch noch warten, dass er wieder aufholt ist. Kann ich meine Bräume wieder aufholt? Warum? Kann ich auch? Nicht immer rotes Jäck. Ruinertopf. 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 Ha! Was? Was? Wollt ihr jetzt mit Blutfleck? Was mit hier? Mit Glück. Dankeschön. Alles gleich oben war ein Phantom und unten ist eine Blutpfütze. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, was hier passiert. Ha! Ah ja, da ist Segel gegangen. Hm. Hier ist nichts. Ha! Blut. 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 Und hier? Sturmfeuerhaus. Ich bin nicht so. Naja. Ich bin da weg. Ich bin da weg. Ich bin da weg. Es ist nicht so. Das ist nämlich ein Großer. Ich bin wieder kurz weiß das warum. Also die ganzen Fäderhäuse sind stockig von dir. Falls ich gar keine Fäderhäuse. Kommt nachts wieder bei dem Fäderhäuse. Die ganze Fäderhäuse ist auch so. Ein Täter dort. ... Wieder da. Und ich bin gerade weg. Clemopass. Folgendes. Meintest du. Ich soll nachts wieder kommen. Irgendwo hier wo ich jetzt bin? Irgendwo hier oder so? Werzt du irgendwo hier? Nein. Also... Da... Warte mal... Guck mal, hier? Ja... Da war nichts... Bei der Ruine... Hier? Das Ding? Nachts... Ich war doch dort nachts gerade... Hä? Da wird mich drauf verdäppeln... Oh... Teig... Also... Um jetzt... ...micher zu gehen... Hier hin... Muss ich... Sei hier hin... Muss ich nachts hin... ... ... ... ... Ich glaube... ... ... ... Okay, weil hier war ich gerade, da war nix, aber hier könnte ich noch mal vorbeischauen, okay? Okay, machen wir das, weil ich habe nämlich keine Federmäuse gesehen und so war gut, es ist auch nachher sehr schön. So. Ah, der Hütte nachts auch. Meinst du, wo geht dieser Hütte? Meinst du, da? Okay. 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 Ach so, oder? So. So. Ah ja, da sind die Federmäuse. Jetzt ist das Gericht beruhigt. So. 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 Was. So. 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 Oh, 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 oh! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Oh, 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 oh God, nein! Nee, das wirst du wieder! Oh, na, nein, 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 nein! Du kannst nicht schon mal. Oh, oh Gott, oh nein! I don't want that to hold. Es fühlt sich nicht, ja, es geht mich zu verschlingen, wenn ihr... Gehörst du? Ja. Oh Gott. Oh no, 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 no. Alter. Hol auch einfach der heiliges Ultra-Großschwert raus. Hahaha. Oh Mann. Wo ist das? Warte mal. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Oh Gott. Moment. Das ist das Großschwert. Wo war? Ok, die muss die Klau gehören. Ich kann mich identifizieren. Schwere Storz... Nein, wo war das? Ich hab nur zwei Helder. Großer Speer, Edebarte. Wo ist das? Äh? Da hat er allen Menschen kündigt. Äh... Oh, das ist eine Goldene Edebarte. Dafür brauche ich... Was brauche ich dafür? Eigentlich. Nein, warte mal. Oh, warte mal. Nein. Wo steht, was ich dafür brauche? Auf jeden Fall kannst du es auf der Karte markieren und später, falls du es jetzt für Angst hast. Das ist ein guter Plan. Wo ist mein Großteil irgendwann? Wo sehe ich an dem Bus? Nö, die ganze Route da, hier. Werke 30. Das war's, nur Werke 30? Oh, ich muss dies... Ich kann... Ich kann doch einfach... ...dies einen Ring aktiviert anmachen. Wo ist mein 2? Nö, da. Doppelklinger? Nein. Muschigatana? Nein. Da ist es doch! Riesenschwert! Weißt du was hier? Riesenschwert. Dampfer aufwärtsschnitt. Das ist alles. Ich habe nicht mehr zu sein. Aber... ... Wo ist... ... ... ... ... ... wo es guck mal aus was ist das Gericht äh äh ja ok hab ich benutzt ja aber die fehlen die Griezer schaffst du nicht auf diese heilige Sender warte mal warte mal äh welche Griezer schaffst du waußen wir einen Flügeln, Moment äh die Sender die hab ich tatsächlich hatte ich nicht was ach ne das muss ich doppelt zweihändig tragen weiss nicht ob ich gesagt schon was Moment 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 äh du willst dass ich mein Zweihände benutze richtig ach du willst doch nicht mein Zweihände benutzen ist das richtig jei versteh ich nicht nicht ich nicht ich glaub ich glaub das ist nicht nein ich hab das ist nicht wie ich das ist nicht mal ich habe ich nicht mal weil habe ich nicht mal... warte mal... Ich hab doch... Ich sehe, dass ich sie nicht sehe, dass was für ein Kompetriak oder Jack ist. Oh, man darf... Ich hab mal was gefunden, was ich sehr lustig fand. Moment, wie komme ich jetzt da rum, ohne zu zeigen? Todesvogel, ach du kleiner Streicher. Super. So. Okay, Moment, 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 Moment. So. Äh... Ich habe noch etwas gefunden, als ich mit der letzten A drückte. So, wie komme ich zum Unterwasser? Oh. 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Einfach die Stoße. Au. Guck mal auf! Moment, Moment, Moment! Du hast dich nun bei deinem dritten Gehobstuch von Marika! Äh, what? Äh, ich weiß nicht! Da wechsle ich das gerade mit einer anderen Kriegsfasche. Warte, was ist denn da dritte? Es gab doch, ich glaube das war an einem anderen Spielstand. Irgendwo hier hieß doch irgendeine Ritterhau. Warte, doch mal da oben bei dem, war doch dort, oder? Ich glaube das war an einem anderen Spielstand, aber ich hatte mal... Ich dachte mal, ich bin im goldenen Ritter gefunden, wo es diese Wunderfasche gab. Habt ihr die Wunderfasche schon? Was hab ich denn alles? Äh... Moment, ich schaue mal nach. Hab ich die Wunderfasche schon, ich weiß nicht, ne? Wohin war denn das? Also kamen in der Karten... Oh, was ist falsch? Ich weiß nicht, wie ich mag, wie ich hier das erste, letzte. Achso, Werkzeuge meinst du? Sag das doch! Ich sehe keine Flasche. Aber sie ist auch okay. Aber folgendes, es gab doch... Ich habe eine andere Spielbestand gefunden. Ich habe so eine Ritter gefunden, so ein Goldfeld. Und den habe ich so ein Ding bekommen. Ich habe so eine Ritter gefunden. Der hat hier was getrunken, das weiß ich schon. Er war bei mir riesenglaublich. Was ist hier irgendwo? Moment. Wunderbar. Ich warte mal, dass es da wird. Ich glaube, ich glaube, da war am Tag da und Nacht ist der Vogel. Das würde Sinn machen. Hm. Hoch. Es tut sich Wolf-Maschinen. Es tut sich. Es tut sich. Es tut sich. 西 hoch. Es tut sich nur ein Boden vor, wenn die Ritter Hunger hat und nicht nur da rum. Warte noch mal. Los geht's! Ich bin jetzt von... Ich bin jetzt von... Währenddessen suchen wir mal einen Guide, da wo dieser Götter war. Oder währenddessen trau ich mal nach, was bei der Gute nachts gab. Hier genau. Hm. Das Gericht gibt es da. Und den Adelbocken. Habs gefunden und? Ja. 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 Ich öffne meine Card so. Ich hab hier bitte erstmal dort. Was ist mit deiner Aus... Hallo? so ein gut zugeißen so hoch da oben da oben äh hier Ja, nur etwas höher. Hier? Hm. Zwischen der Gnade und der Ruine. Also hier. Ja, okay. Gut. Mach ich da noch mal kurz. Ich fahr mal hier noch. Da, okay, cool. So, äh, wie kam ich hier hoch? Von der Seite. Nein, nicht von der Seite. Nur der. Ja, denke ich auch. Von der anderen Seite denke ich. Ja, denke ich auch. Muss ich, glaube ich, von hier wieder... Ich hoffe, ich bleibe in die Icke... Warum auch nicht? Teleport. Jetzt. Hoch! Was? Was? Warum? Nicht? Was? Was ist so hell? Was ist... Meulich? Was? Du bist mit Dox einfeld. Was zur Hunde... ... oder? Ach, hier ist deine Nachtbusse. Du bist doch... Verriere den Typen. Ja, kann ich verrieren. Und was zur Hunde... Was zur Hunde... Was zur Hunde... Was zur Hunde... Was ist so hunde... Was ist so hunde... Oh leu... Mann... Ein Nölzes da am Feine, oder was? Oh Gott... Nein, schütt es los! Nein, schütt es los! Nein, schütt es los! Ich bin vorne gefühlt! Ich bin da mit ihm, oder was? So... Mann, ich kann es doch besser... ... und verriere den Typen. Was zur Hunde, ey! Ja, wie war das nochmal? Was zur Hunde... Was zur Hunde... Was ist so hunde... Ja, Mama... Wo war das... ... Erden? ... Erde... ...matt hier... ...maja, meine... Was ist so hunde... Die Kavarie geht nicht, wenn er sein Schwert schmeißen kann. Alles klar. Wohin? Nein, 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 nein. Oh, du bist nicht in Australien. Wow! Da ist er doch! Da ist er! Okay, Mann gegen Mann, Kavarie gegen Kavarie. Ja, so soll ich das machen. Hallo! 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 Genau! Hallo! 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 Das war ja nicht! Was ist das? Warte! Ein bisschen Ruiner, den Frunz halt! Also doch hier! Hier oder meinst du hier? Marker 1 oder Marker 2? 2! 1, ok! Hm! Oh nein! Nein, Mann! Mal auf! Hä? Ach, das war ja doch! Was? Das war doch der Ritter! Hä? Warte mal! Habe ich das vielleicht schon auf einer Waffe drauf? Kann das sein? Habe ich das vielleicht schon auf einer Waffe drauf? Moment! Habe ich das vielleicht schon auf einer Waffe drauf? Ich wusste es doch nicht! Da ist er doch! Ich wusste es doch nicht! Da ist er doch! Ich wusste es doch! Haha! Big Queen! So! Äh nein! Geh! Missing Green! Haha! Genau! So! Warte das andere Ding! Warte! Warte das andere Ding! Warte das andere zur dritten Kirche von Marika! Ich habe keine Ahnung wo die dritte Kirche von Marika ist! Die vierte Kirche von Marika in dem Grab! Ich bin jetzt in der Kirche gefunden. Jetzt, was ist hier in dem Grabe? Ist das hier in dem Grabe? Aber wo ist hier in der Kirche? Hab ich mal entdeckt, siehst du das? Weißt du denn dort? Echt? Jo? Jo? Okay, dann geh mir also bitte Brücke erstmal, würd ich sagen. Du hast dann noch nicht weiter rechts, ach so. Jo? Nein. Jo? Ich hab keine Ahnung. Was denn? Okay. Unter dem Wasser entlang. Ach wie? Gut, da hat das Wasser entlang. Ja. Ist das die Kirche? Ja. Echt? Da war ich noch nicht. Korrekt. Okay, sorry. Ich geh erst mal über die Brücke. Ich busse doch, ich hab die Brücke schon geklatscht. Ja. Boah. Okay. Ja, meine Güte. Nehmt seid ihr Brücke das nächste Mal. Okay. Also, ich muss hier hin. Äh, dann nehme ich... Ja. Ja. Meine Güte, ey. Ähm. Gut. Ist das was man unter Deck Seed Gaming rein versteht? Wo ist die Frau? Wo ist die Zauberin? Würdest du das noch heute sehen? Okay. Na gut. Wo ist die Zauberin? Hä? 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 Obere Tinten. 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 Äh... Also dahin. Gut. Gute Frage. Hm. Inselzang. Oh. Waren die Bitten. Das hat Geld jetzt noch. So. Sehr gut. Oh, mein Hartziger. Eist double kill! Oh, da hat er was getrunken! Och, die Mäheh kommt der schon wieder. Ich will den not! Ich muss das probieren! Oh, warte mal! Es war so nemen nicht mehr Zeit. Hallo, ist es endlich? Ich bin direkt in die Trailes-Nummer. Merde, Wauw. Anwh Uschen. Was? Ah, ich weiß nicht doch. Ich weiß nicht, wie gut. Also, wir müssen hier sein. Was meinst du mit deinem Ruf? Entschuldigung. Weiß ja noch. Weiß nicht den Ausblick gewesen. Oh! Oh, was ist denn das? Oh, was hab ich verpasst? Äh, ne, siehst du. Oh, ein Atemfrutsch. Ich genieße gerade die Langstab. Oh, was hab ich verpasst? Äh, ne, siehst du. Äh, du hast doch mit einem Anrufen gesagt. Das war doch... ...das die Wölfe oder die... Achso, eine Erdbar. Verladenblatt. Äh, was meinst du mit Anrufen? Oh, was ist denn das? Wärme, was meinst du mit Anrufen? Du hast doch mit Anrufen. Ja, ja, ich weiß nicht. Das war die Wünsche. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war die Wünsche. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Oh! 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 Da redet jemand! Da redet ja jemand! Oh! 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 Mösten wir Wunderns! Wow! Oh! Da hört jetzt leicht! Wow! Wow! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Wow! Kann wir nicht bald in Ruhe hier Sache machen! Hello? Is anybody there? Ich habe mich daran erinnert, dass ich noch das hier machen kann. Ja, Moment! Agi, Fett! Feinde, das ist Feinde! Geil! Oben! Achso, oben, okay! Eben oben! Oben ist er, okay! Ja, ich komme ja schon! Eben oben! Eben oben! Oh! 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 von der Golden Lineage. Du wirst fast nicht wissen, um ihn zu sehen. Ja. Ich fühle mich fast für den Mann, das mehr ich denke. Was hast du für waiting? Meine Fork... Was hast du für? Meine Fork liegt in der Süd, außer der Mistwood. Um... Ja. Was ist das? Was? Ich meinte, das ist zu dunkel. Sein Gesicht... Das reagiert nicht mehr. Ja, nice. Mein Gesicht ist eingefroren. Ich muss nach dem Streaming eine neue Gildurne reinschrauben. Okay, wenn man immer wüte. Ach, das Ding. Okay. 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 Ja, ach voraus. Ach, du kannst versuchen, am... Nein, ich suche dir nichts an, wo du dich sagst. So. Okay. 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 Das. Okay. 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 Oh, oh! Nein! Wann auch! Wann auch! Also! Anruhe eins von Savo! Oh, keine Ausgabe! Okay! Oh! Beide zur Halbsex-Servatoire! Nein! Ohne! 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 Danke, König! Ah, du musst noch was! Vielen Dank für die Beuteuer! Äh, gut! Das wäre eine Idee! Markierentüfel! Oh ja! Markierentüfel oder was? Loh? Oder was meinst du? Was meinst du mit Markieren? Verkarten? Ach so! Ah! Ah! Okay! Da sieht man es auch jetzt! Moment! Äh! 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 So, festgelebt! Ja! Ja, ja, ja! Was mach ich denn! Nehm ich das hier? Ich nehm das hier! Das muss die Festung ja auch, und zwar! So, für die Zuschauer sind es gut, denn! Oh, nein! Was? Da hoch ist er. Ohhhhhhhhhh Nein, komm herr du! Nice! Was ist das? Spönen sie es hier aus? Was ist das? Verliegen Wölfe? Verliegen Wölfe? Okay, erst mal zur Kirche! Yay, Gnadefurt! Ui! Das ist die Kirche von Marika! Aha! Das ist die Kirche von Marika! Oh, oh! Oh, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da! Ich bin da weg! Hier ist weg! Nice! Einige Träne, jaaaa! Nice! Ich bin da weg! Oh, was ist das hier? Gut, Frank! Okay! Ich bin da weg! Ich bin da weg! Oh, wasch in der wundersamen Arznei! Kristalltränen findet ihr am Fuß niedere Erdenbäume und an anderen Orten des Zwischenlandes! An Orten der Gnade könnte ich für meine Kristalltränen in der Flasche mit der wundersamen Arznei mischen, sodass sich Elixiere herstellen, deren Effekt hier selbst bestimmt! Nice! Gruppe rote Kristallträne? Was der wundersamen Arznei? Nice! Und warum sollte ich hier hin wegen der Flasche? Hallo! Oh, mit mir jeder spricht! Hallo! Spoken echoes of Queen Marika. Linger here as well. Shall I share them with you? Ja, okay. Sehr gut. In Marika's own words, my lord, and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war or in a land afar. Where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. I have no idea what I should do, but thank you. Oh, Arznei? Oh, Arznei mischen! Oh, Arznei mischen! So lassen sich Arzneien herstellen, deren Effekt dir selbstbestimmt. Cool! Okay, also... Du sagst es gerade so. Ja, bitte? Ja, was jetzt? Hoch aufs andere Ufer. Jürgen? Jürgen? Okay, das ist doch... Okay, was ist doch... O ibher? O ibher? Uu? Genau da oben. Sind da etwas Bäume, ja? Ich meine, wenn da ein Tanzen ist, müsste ich vorher erst mal diese Stabwürf hinten wieder rauf sein. Die Seelkreuzer! Reise drunter. Ja! Ah! Ist's! Oh! Geh! Komm weg hier! Jawoll! Jawoll! Kriegst wahrscheinlich die Klinge! Oh! Doch! Oh mein Gott! 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 Yes! Jawoll! Ohne geil! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum? Häuser! Mäh! Extraschaden! Oh! Okay, das ist einfach nicht stark genug, wenn ich gefährliche Klingeln nehmen musste. Normalerweise, das war ein volles Objekt. Hoch! So! Ja! Äh, gut! Todesvogel, wo warst du? Wo warst du? Genau! Oh Mann! Aber dann war noch dort einer! Genau! Einmal noch! Wo war die Mauer? Da unten war die Mauer! Hier! Genau! Genau! Äh, dafür muss ich hier irgendwie sagen. Fuck! Hm! Willst du dunkel? Ja! Was besser als dein Erwaschen! Wait a second! Geht das? Ich vertreibe Stufenaufstieg, Fleisch und Zauberleine. Ich vertreibe Futur und Chirap. Kriegs Asche und Kleidung am Trachten zu lassen. Oh, warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Nein! Nein! Kann ich die verwenden? Ich sollte die Heilungsfrachen verbessern. Äh... Was? Wer ist mir das? Oh! Okay! Oh, die kann man benutzen! Ja, ich schmiede! Schmiedermenü Das Schmiedermenü könnt ihr eure Waffen mit Ruhe und Schmiedestellend verstärken. An Schmiedertischen könnt ihr eure Waffen mit Plus-3 verstärkt. Irgendwom zwischendurch gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Noooil! Ich muss gar nicht, dass man ihn anklicken kann. Cool! Woll ich meinen Zweihänder jetzt verstärken oder was? Oder meinen heiligen... Oh! Ja! Mach, was du willst! Okay! Ich höre erstmal gar nichts. Erstmal verheilige ich meinen Zweihänder. Ähm... Ähm... Goldner Schwor... Muss ich... ...den Morgenstern... ...in der Hand... ...mit der heiligen Besskette... ...muss ich... ...den heiligen Morgenstern in der Hand halten, damit goldner Schwor aktiv bleibt? Oder kann ich ihn auch verwenden, wenn ich dann auf dem Zweihänder wechsle? Hallo! Dann aktivieren und passt da! Hey you! I'm back! Oh du warst weg! Hallo und willkommen zurück wie du siehst! Große Schloss! Bei mir ist auch mein Gesicht gefroren. Das liegt daran... ...dass... ...mein Zimmer viel zu dunkel ist! Also, dass die Kamera aber mein Gesicht erkenneln kann! Ähm... ...das liegt nur daran dass... ...wei mir vorgestern die Glyopur im Zimmer... Und bei dir? Ja, das auch. Also folgendes, kann ich meinen heiligen Morgenstern anhalten und damit Reuterspro aktiv bleibt? Also ich meine, kann ich dann zum Zweihänder wechseln und sozusagen doppelt den heiligen Schaden machen oder so? Geht das? Im Aktivierung, das war's. Mensch, ich meine, du kannst echt? Also nochmal, okay, also nochmal, ne? Moment. Äh, ach so. Kursusdruck. Äh, und noch mehr Schaden, wenn du den Akt, als man hättest. Einfach nur noch ein Bildungsbild. Ach so, ja genau. Aber immerhin, es ist eine gute Position. Ich war ein PNG-Vituber. Muhahahahahahaha. Ich war ein PNG-Vituber die ganze Zeit. Ein-D-Unterhaltung. Muhahahahahahaha. Fürchtet euch vor meiner Macht. Oder Macht des PNG-Vitubers. Ich bin nicht so was. Ich bin nicht so was. Ewige Felsgepferde. Äh. Äh. Wo? Wo? Ah, da. Ich weiß nur, die Ruine im Nebelwald ist da beim starken Beeren. Da war ich doch, da bin ich mal hin teleportiert worden. Ja. Oh, das ist zu schwer. Spaß. Oh, das geht. Oh mein Gott. Oh, das geht. Oh mein Gott. Oh, lol. Oh mein Gott, das geht. Da gibt es nicht selber beim Beeren. Ich glaube, die habe ich gesehen. Okay, ich will doch mal vorbeischauen. Das ist eine bessere Idee. Anja, Parade beim Todesvogel. Was? Äh, Parade beim Todesvogel werde ich nicht kaufen, oder? Ach, bestimmt auch. Ja. Und jetzt Parade beim Todesvogel kochen es nicht, oder? Okay, dann kann ich doch. Aber was ist der leichteste Schild? Ich habe drei Messingbilder einfach. Ich denke, wenn die nebengeben ist... Ach, hier geht nichts. Das muss eine Waffe sein. Wenn ich Bescheid noch sage ich, ja, ne? Der Schild ist tatsächlich. Genau, wie er druckst finde ich die Federn gleich. Ääääääääääääääääääää. Hahn, ich hab vorhin noch Darth Vader gefunden. Darth Vader... genau der. Oh, ich hab die Träne? Warte mal. Welche Träne... ist eigentlich die Flasche? Oh... Habe ich ne Flasche mit Heiligen? Warte mal. Regeneriert Heimstelle Gesamt-LP, kurzsätzliche Anhaltung der LP Regeneration, kurzsätziger Ausdauerschub, Stärkeschub und kurzsätziger Klaubseschub. Ähm... Nehmt uns Taltrennen, die langsam bla 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 bla, kann in einer Flasche mit der Wundersammlung aus deinem Gewicht werden, das resultierende Gewicht verstärkt kurz euren Grau. Es wird auch nur einmal möglich und der Effekt ist mit der Zeit nach. Oh! Nimm das mit stärkerem und schwerem Angriff. Das hier. Kann in einer Flasche darüber das resultierende Gewicht erhöht eine bestimmte Zeit sein, die Kraft aufgeladene Angriffe. Okay. Und dann das hier, oder? Genau, dann Glaubenskoden. Ihr werdet glauben, dass du mir heilig schade machst, oder? Oder nicht? Kann sein. Ah, das nehme ich mal. Warum auch nicht? Kann sein. Ah, das nehme ich mal. Warum auch nicht? So, okay. Äh, genau, 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 genau. Äh, eben klar. Nein, Ausrüstung, genau. Du kommst mal weg, heiliger Wogenstern. Äh, dahin kommt jetzt noch mehr, noch zwei Etter. Ah, da, 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 da. Äh, ich brauche eine Waffe einfach nur ganz kurz. Achstalisman, achstalisman. Achstalisman, achstalisman, achstalisman. Ja, ja, gleich. Äh, 1,5 ist, glaube ich, tatsächlich das Bruder. 1,5, 1,5, 1,5. 1,5, 1,5, 1,5. 1,5, 1,5, 1,5, 2, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Okay. Folgendes. Hab die Idee. Wenn das klappt, Kriegsanschel. Deutsch. Eigentlich war Deutsch. Nein, oder? Doch, heiliger Deutsch. Gut, eigentlich kann ich es mal auch geben, warum nicht. Okay, folgendes. Ne? Ich mach auf hier. Ne? Hier einmal. Guck da. Oh, alte Taste. Achso. Ne? Ist das gut? Ne? Nein, ich rolle immer noch schwer. Ach nichts. Große andere Kleider zu tragen. Große Lasten. Nein. Der Deutsch ist zu schwer. Oder ist das allgemein der Zweihänder? Ich glaube, das ist der Zweihänder, ne? Okay, warte mal. Ich zieh mich mal ein bisschen um. Ähm. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ein bisschen leichter. Wir machen eine auf den Kenner. Warte, das geht. Ich bin mir richtig fliegt. Oh. 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 Okay. Stoffbruster. Bleiben wir hin. Yes. Das ist das Mr. Hahahaha Mmm. Ich probiere schon in der extra Aktivisten oder so. Moment. Ääääääääh. Wie war das? Erhh. Ohohohohohohohohohoho Art4. Das war alles nicht schlecht! Oh, und das ist ja cool! Das ist die Gefährchef um zwei, macht dann einen aufgeladenen schweren Angriff. So, genau, da noch! Oh, stimmt ja! Nicht auf Kalle, stimmt ja! Entschuldigung! Oh Mensch, muss mal was trinken! Nicht auf Kalle, ja! Oh, wie cool ist das denn? Oh, soll ich den jetzt die ganze Zeit programmieren? Wow! Haha, wie cool! Oh mein Gott, ich hab's! Ich hab voll TRDs hoch! Oh! Wow! Ich bin beeindruckt! Ich bin los und beeindruckt! Oh, das wird lustig! Das wird lustig! Okay, warte mal! Oh, das wird so lustig! Das weiß ich jetzt schon! Äh... Mit dem Axt-Talismal musst du noch zwei Schaden machen! Ja, ja, ja! Aber... Warte mal, ich kann nur... Moment! Ich kann aber nur einen Teil des meinen Rechtslicht tragen! Lohnt mich das? Ich bin jetzt schon auf mittlere Last! Ich bin jetzt schon auf mittlere Last! Zwei hinter! Do it! Okay! Dann kann ich auch... Oh! Große Damage! Okay, komm! Äh... Fürsetzt! Play! Komm! Äh... Da, genau! Ich wurde dahinten importiert! Gut! Warte mal, warte mal, warte mal! Wir brauchen ein passendes Ausgut dafür! Ich will, tatsächlich nicht kommen aus Macht wie die Farbe! Äh.... Warte mal, warte mal, warte mal! Wir brauchen ein passendes Ausgut dafür! Ich bin glaubst nicht kommen aus Macht wie die Farbe! Äh... Das hier? Geht das so? Oh nein, so ist es doch immer Beautiful Du 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 Amazing He 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 Danke Warum ist die Rollen der Kree aktiviert? Okay, jetzt Jubelding, okay Klee klee klee, genau Das hier, das hat das Geräusch Warte mal Warte mal Warte ist nicht Hm Warte ist nicht irgendwo eine unterirdische Stadt oder so Die Mopfen würde dann bei dem Mann dich He 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 Genau Warte mal Oba He 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 Ach so der Typ da, also Ja äh Moment mal Ja Haben es nicht im Wald so eine unterirdische Stadt oder so Mit einem Fahrstuhl War das woanders Die Digige Van Moria Mit der coating dannt Hardhofer Warte hatten das doch mal Da war der Aufzug, ja. Aber da war doch noch ein Dingspups. Der Aufzug dauert länger als die Ruine zu reiten. Ja, okay. Vor allem, wieso kann ich aber nicht mal dort hinreißen? Mein Brunnen haben sie auch frei. Ja, okay. Hallo. Ich habe die Kraft, E-Man. Hörst du auf der Hölle? Nein, ich glaube nicht. Oh, ich kann. Oh, was wollte ich denn machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ein Level habe ich. Was soll ich machen? Ich habe nie vergessen, was ich für ein Bild haben wollte. So, was soll ich nehmen? Wie gut fällt, du bohnen zu starken. Eiger? Also du möchtest die LP? Du hier? Das ist Kraft für mein Leben, wenn du willst. Okay. Gut. Oh, ich setze das Ding weg. Nur wenn du willst. Ich habe ihn vergessen, was ich nehmen wollte. Gut. Ja, es geht. Nice. Oh, ich muss ihn eigentlich spielen. Hier. Oh, das schmertes Haus wieder. Ach nee, es ist dunkel. Oh, los. Oh nein, 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 nein. Ich weiß nicht, nein, 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 nein. Nice! Oh Gott! Wie konnte ich mich doch mal in die Knie? Ah, X! Wow! Wow! Ich habe überlebt! Okay, cool! Woops! Ah, mein Kind! Ich bin klar! Dein Vater ist fast unter... Lalalalala! Malo! Boah! Oh, die Pappe! Doof ist sie nicht auf, Enkel! Habe ich die Mission verkackt? Nein! Oh, das war ja eine Schlafplume! Oh! Oh, das war ja keine Ahnung! Ah, okay. Was ist das, oder? Hey, ein Axtall ist worden. Wer hätte denn das gedacht? Da 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 da! Genau! Da 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 da! Bum bum! Da 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 da! Bum bum! Kennt ihr die... Edward Family, oder wie das Ding ist? Verbessert aufgeladene Angriffe. Nice! Hey! Mittler, du hast... Immer noch! Oh, nice! Jetzt obliterate die Todesflügel. Jetzt wird gefüllt... Nein, 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 nein. Zwitschisch, nein, guter Jugo. Nice! Nein, hier war noch ein Wolf oder so, den ich... Jugo wie... Rufen können, oder so, oder so, was auch immer. Wo ist der Erste gewesen? Der Erste war dort unten. Teleport! Spooky, teleportieren. Nein, Spooky, bitte beamen. Mag das in Cali? Ne, genau, hab ich doch schon. Genau deswegen, ja. Nein, genau das war's. Soll du pfeifen oder so. Nein, äh. Aber das Nagere Spielchen war das auch hier, weiß nicht mehr. Gut, ähm. So. Es ist auch gerade da, wie du fragst. Wollte finden wir Finger schlüpfen. Ach so, was ist das? Wir können sehen. Finger schlüpfen, ach so. Okay, cool. So. So. I have to return. Aber da unten, ne? So. Die Adam Stemmel, die das war's. Was ist das Dunkel? Was ist das Dunkel? Hallo! Oh! Oh! Ah, da liegen wir. Oh, ich hab uns vergesen. Ma... microscope. Oh! Oh! Ah! Nein! 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 Oh, mein Gott. Wie, du siehst? No! Nein, nein. Nein! 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 So, jetzt ist wieder Tag, oder? Ich weiß gerade nicht, die Sonne sehe ich vielleicht. Kommt er noch? Oh, okay. Ach, warte mal. So. Oh... Gott, du bist! Ich hab noch... Entschuldige Sie. Ich werde es gerne. Er ist ja so leicht. Oh, nein... Anticide sie auf! Oh, nein! Ich werde es abschneiden. Und jetzt steh mal. Bis zum nächsten Mal. Muss ich den beschießen, Heavy Attack? Okay, scheinbar muss ich ihn nicht beschießen, gut zu wissen. Ach, das ist... Ach, Mann. Und jetzt, okay. Einfach mal Heavy Attack oder soll ich auf ihn drauf springen und der Angriff machen? Ich war gut gefreut. Dann lass es mal los. Aber es funktioniert. Ach, das ist mein Energie-Twin-Clap. Ah, du Heavy Attack. Okay. Okay. Aber das ist mein Energie-Twin-Clap. Das ist ein Energie-Twin. Das ist ein Energie-Twin. Wow, das Ding! Ah ok, so war das. Oh. And if this holy damage belong in holy fire. N웠ü! Huf! Nää! Das war's für heute. Ja, diesmal hat er mich einfach zu Tode gepickt. Oh, das gibt's Tarkis. Nee, meine Güte. Muss ich mehr Sprungangriffe machen? Ist ja auch ein Vogel. Ist ja auch ein Vogel. Ein Vogel ist mit Bodenstange. Oh Mann. Kann ich nicht auf meine Augen verbinden? Wenn er zu weit ist, kann ich nicht auf meine Augen verbinden? Und Sprungangriffe bringen beim Axt-Talisman nichts. Ach so. Ich meine wegen Staggern, also Stunnen. Ich kann doch nicht Stunnen, oder? Ich versuche den Todesvogel böse anzukriegen. Ja, genau, genau. Und wo war das noch bald? So. Ach, Regenfestellung ist halb schenklich neu. Das ist nicht mehr trocken rüber. Ja, Topf, Koll, Topf, Eimerstertopf. Ich weiß nicht mehr, was ich für neu habe. Denn hier ist alles so. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann. Oh Mann! Ah Mann! E Wo kann ich hin. Gutantial. Hm! Nimm! 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 Hör dich! Du! Ein Energy Augen Tropfen Trank! Nass is es! Ein Energie-Auge drauf, fuck. Oh, hey. Es geht nicht so, wie das war. Okay. Ich bin der Biss. Ich wollte keine Bank mehr. Ich bin der Biss. T-T-T-T Du Kleiner! Volle Pumpeg! Du Kleiner! Okay. Vergiss die Augen! Ach, ich brauch's aus dem Dreh rauszukommen. Oh man! Heißt nur, ich mach mal folgendes. Oh! Oh! Wow! Hehehehe! Hehehehe! Wow! Pfee! 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 Das war's für heute. Hehehehe Das war's für heute. Ahem! Oh! Yes! Ja! Bei der Power of Gr Nastier-Lewoo. Boah, mit der ersten Ducks. Jaaa! Dduh, duh, duh 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 duh! Nach ihr small repas. Das ergeht nicht. Okay, das geht voll cool. So, was ist das denn Ding, was ich da bekommen habe? Inventarneinflusstum. Da hat sich doch noch eine kleine Axt. Ein Weiß, ein uraltes Opferkettual mit dem Bild eines Todesvogels als bösartige Godtheil. Die Mache zuvor ist es auch nicht verflogen. Mit jedem getöteten Gegner, der generiert die Waffe, eine Teil eurer FP. Oh, oh. Prost, Peter. Verländsel, die Pflege. Bin ich was mit aller Macht halten, um deinen Griff aufrechtzuerhalten, setzt mit einem normalen oder starken Angriff nach. Oh mein Gott. Nein, habe ich es wirklich. Kann ich die verwenden. Ich muss sogar verwenden. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. ground. Oh, Mensch, ich hab die Idee, ich hab die Idee, ich hab die Idee. Oh, nice. Wow, oder Minecraft. All cool. All cool. All cool. All cool. Okay. All cool. All cool. All cool. Genau! Achso! Du bist herrt! Sehr cool! Könnt man den wilden Schlegel auch auf den zwei Hinter drauflegen? Äääääähhh.... Hab ich wilde Schlege überhauptcia?? Holen wir es uns an. Scheinbar nein. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das habe. Äh, schau mal. Hm, auf dem gab es nur 5000. Ach, nö. Okay, dann folgendes. Äh, das ist jetzt kein Todesvogel. Hier. Manchmal einen auf dem Quisi-Turm. Das war's. Mein Mann, ich versuch. Es hat sich nicht gewohnt, aber... Ich versuch ich nicht. Obkommen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich hab noch gerollt? Hab ich geblockt und weiter wollen? Ach, Anno! Ich bin echt, also ich verrecke echt öfters, als ich eigentlich wollte in diesem... Nee? Ich hab... keine Ahnung, ich hab nicht gerollt. Wofür effekt würde ich das nennen? Ah, hallo! Na, mach doch! Tschüss! Verrente da nicht, bitte! Wenn du schachst, das zu parieren, ist das ganz easy! Dann parieren wir mal! Äh, dann! Ausrüstung wechseln! Braue ich nicht! Bei Hinterbraue ich den Zweihänder! Hm... Boote, warte mal! Ich hab ne Idee! Vielleicht bringe in meine Augen was! Was? In... was für einem Nahkampfwasser soll ich stehen? Schlipp! Axt, Bogen... Zwei Händer! Das ist immer noch... He... Und... Das war's! Einig morgens, ja! Oder stehen die? Ich nehm den heiligen Mohr. Jetzt? Warum nicht? Schilfen verrieren. Okay, ich mach mal das. Nein, nicht bis zum Morgen. Nein, ich hab den Tag. Wow. Nein, oh Gott, Scheiße, nein. Entschuldigung. Entschuldigung. Was ist noch da? Dann reisen wir mal noch weiter hin. Hör auf den Vesternenden. Alles andere. Der ist im Glück. Das ist in den Vesternenden, der was er auf der anderen Seite verliegt. Das ist in den Vesternenden. Das ist sicher. Das ist das heilige, was hat er. Das habe ich nicht gefunden. Das Bild macht gut so eine Arbeit. Okay. Und voll. Nein, ich habe gerufen. Nein, okay, die Parrier-Ration. Die Parrier-Ration. Und seit Barrieren vergangen. Okay. Hmm. Ich guck jetzt mal nach vorne. Stimmt mal! Au! Das ist mal! Oh! Ich hab die 5000 Seelen vergessen! Seelen, Runen! Oh, verfixt! 5000! Dummheit wird bestraft! 2. 0! 2. 0! 3! 1! 2! Oh, das kann wohl nur da geschehen. Und was? 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 Wie war denn das? Was ist zur Hölle? Warte, das gerade. Warte, warte, warte. Wow. Oh, man, oh, man, oh, man. Okay, ich empfehlen das nochmal. Okay. Ich warte doch nochmal, wenn man das dann weiter nicht trägt, macht es dann mehr Schaden. Also, es ist dann besser. Ja. Oh, hey, ich kann mal bei den Stranken sehen. Oh, ohne. Oh, man. An! Alter Klubstreffer hier! Was? Oh! Wow! Das ist heute diese Laserstrahler-Attacke. Ja, Plastiken. Und dann komm auf die Röpfe an. Okay, parieren. Muss parieren. Auf einmal... Die Röpfe an. Die Röpfe an. Die Röpfe an. Die Röpfe an. Die Röpfe an! Ja! Die Röpfe an. Die Röpfe an. Oh, wie verlieren wir jetzt. Warp in front. Nein. Oh Mann. Oh, das funktioniert so nicht. Oh, schau, das muss ich nicht verlieren. Oh, schau, das muss ich nicht verlieren. Hm. Was? Was ist das? Du musst mir doch fallen töten. Was? Lass mich doch fallen töten. Das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Ja, aber du die in deine Hand gehalten hat. Aber vor allem, allerersten Mal, hat das doch funktioniert. Moment nochmal. Ah, sagst du's? Wo? Angestochen. Mann. Was? III Was? Mann. Mann. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr stehe. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr stehe. Ja, ja, ja. Nein, was ist passiert? Ich seh nichts, ich seh nichts, mein Spiel ist aufgekommt, was ist passiert? Mein Spiel, was? Was für eine Einrastfunktion, Mann? Was für eine Einrastfunktion? Du willst mich doch reingeben. Du willst mich doch sein, was für eine Einrastfunktion? Ich hilft oder was? Hey, du esst, Alter, ich klinge halt. Oh mein Gott. Du willst mich doch sein, äh, ich hab den doch gestickert, also gebrochen gehabt, oder? Also kariert, mein ich. Ich hab den doch kariert. Ich muss mich doch mal auf... Hast du leider auf Glocken getrückt? What? Da, wie man die Einrastfunktion aufschrittet. Fuck. Die gibt es nicht mehr zu. Na, aber immerhin. Beim ersten Heep, glaube ich, habe ich es geschafft. Ich bin jetzt halt oder auf der Leder. Ich bin jetzt halt oder auf der Leder. Ich weiß nicht, wie man das gerade behindert hat, als er sein soll. Oh, na, ja. Toll. Aber hab ich ihn nicht... gerade... gerade... ...aktiert oder so. Na, was war das denn gerade, was passiert ist? Was soll denn das denn da jetzt? Was soll ich denn da? Was soll ich denn da sein? Was soll ich denn da sein? Was soll ich denn da sein? Oh, trotz... ...und ich... ...und ich möchte Blitze aus meinen Sesanspitzen schließen können. Das wäre schon... ...und ich möchte Blitze aus meinen Sesanspitzen schließen können. ...und ich will... ...und ich will... ...und ich will... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, folgende Frage, wo ich ihn pariert habe, habe ich ihn doch wirklich pariert, weil ich nicht, oder, weil wenn ja, habe ich dann so wenig Zeit, einen Kategorie-Treffer zu machen, oder wie ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Das ist ein bisschen kalt. 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 Ach nee, das ist Fieger. Stumm ist da vorne oder was? Das ist das Fieger. Soll ich das hier probieren? Das ist das Fieger. Das ist das Fieger. Egal. Okay. Ja, normales Fieger ist nicht weiter. Das ist die normale Fieger. Ja, das wird schon mehr abprobieren. Ja. Ops. Das war's. Oh. 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 Wauw, komm herr, du sagst du? Wauw! Was war jetzt nicht so effektiv? Waren jetzt nicht so effektiv? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wauw! Doch, nein, Mann! Was für eine Katze hat? Oder noch was, Wauw? Wie war es! Wauw! Wie war es? Soll ich den wirklich mit Arrieren besiegen? Soll ich den wirklich mit Arrieren besiegen? Oder... Oh nein! Was? Ich hab nur Geschaffung hier. Vielleicht bringt das ja was dabei ist. Soll ich den Dinger nicht mehr so viel, was ich was war. Soll ich den Dinger nicht mehr so weit wegzuhnen? Soll ich die Dinger nicht mehr so weit wegzuhnen? Ich muss die Dinger nicht mehr so weit wegzuhnen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Dann kann irgend so ein Ziel ab. Was für einen? Richtigstens tausend. Aha. Okay. Jetzt ist es ein paar E-2. Okay. 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 Jetzt ist es ein paar E-2. Okay. 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 Achso. Kann ich noch einen Vogel machen? Und den Typ machen wir nächstes Mal. Ich könnte noch einen Vogel machen. Wie hört sich das an? Ich könnte noch einen Vogel machen. Ich könnte noch einen Vogel machen. Ich könnte noch ein bisschen mehr machen. Ich würde mich nicht mehr machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.